Okay, neue Runde, neues Glück, würde ich jetzt auch mal sagen. Muss wenigstens ein bisschen was lernen. Nein, abgelehnt. Abgelehnt, sage ich. Okay, diesmal haben wir keinen Ben mit dabei. Das ist schon mal gut. Ja. Komm her. Ich weiß, dass er genau da steht. Aua. Schmerzen. Vielleicht schaffe ich es, das im Mode heute fertig zu machen. Guuuut. Richtig. Oh, wo ist Ben 2.0? Ich vermisse Ben. Ich mag die Katze, die der eine hat, das Profil. Das sieht sehr cool aus. Zehn von zehn for real. Oh, er schießt mit. Drei Schusspistel. Uuuuuh, mhm, aaaah, nee. Nee, muss nee. Nee. Warum habe ich mir gerade eine Zeus gekauft? Ohne Lust. Hat einer ein Cursed Teletubby? Als Profilbild? Ich kann das ja jetzt schon wieder nicht. Ich kann das ja auch nicht. Ey, ey, ey. Rein kann ich auch nicht, Mann. Okay, come on. Einfach hier durch und dann zack. Direkten Headshot verteilen, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr protectet mich. Das ist nicht protecten. Oh, fuck. Greedy zu Greedy. Einfach viel zu Greedy. Oh, das tut weh. Das tut weh. It is. What it is. Wir alle Profilbilder sind aber relativ nice. Dieses Evil Love Profilbild. Mit der Katze finde ich auch relativ gut. Ich habe schon wieder unabsichtigt gepinkt. Ich will das nicht. Lass es aufhören. Na, leider keine Flash mehr. Ja, Freunde, komm. Ja. Ich sind... Nein. Warp und Autosniper und eine Pistol. Und der Hust, gehen wir hier rauf, oder? Der droppt da rauf einfach. Okay. Let's go. Wir sind das Squad. Oh nein. Was ist unser Plan, Team? Ich weiß es nämlich nicht. Oder ich verstehe den Plan noch einfach nicht. Okay. Okay. Wir haben einen, der ist AFK. Das Boss Baby, ist AFK. Just saying. Wollte ich nur mal gesagt haben. So eine kleine Erwähnung einfach mal. Die hätte von mir sein können. Die Nate hätte unironisch von mir sein können. Zwei gegen zwei. Könnte schwierig werden. Also, dass der eine AFK ist, das macht mich ein bisschen aggro auch. Oh, warte mal. Einer wurde geholt. Scheiße. Das ist ja Nicht so gut. Ich, ich, ähm Eventuell weiß ich nicht, wie man in den Old Chat schreibt. Wie schreibt man in den Old Chat? Wie schreibt man in den Old Chat? Wie schreibe ich in den Old Chat? Hallo. Sie können dies nicht fallen lassen. Ich will es auch nie fallen lassen, Bro. Ich will den Old Chat schreiben. Ja, okay. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Das Boss Baby bleibt AFK. Das Boss Baby bleibt AFK. Ja, ich wiederhole. Die Schmerzen sind groß. Ich finde es schon aber geil, dass man mit Nades jetzt einfach Smoke so wegschallern kann, ey. Das finde ich nicht so geil. Ähm, wie schreibt man in den Old Chat? Habe ich es geschafft? Nee. Oh, ähm. Ich wollte natürlich auch in den Team Chat schreiben, damit der Spieler selbst rafft, dass er AFK ist. Hat gewirkt, wie ihr merkt. Wir haben jetzt natürlich auch in den Vorteil, dass wir 8,4k auf dem einen Spieler drauf so... Der ist so tot, der Junge. Der ist so tot hinter dir. Ich habe immer die Angewohnheit, dass wenn ich irgendwie so... Bin, wir an die Boobs fassen, einfach so. Meine Man-Boobs werden dann von mir selbst betatscht immer. Ja, okay, komm. Ja, okay, komm. Wir können es jetzt schaffen. Boss! Zu dem Baby! Ist wieder berg! Wir haben Chancen. Wir müssen einfach nur die Chancen... Oh, hast du gut gespielt! Gesehen? Oh. Satisfying. Ich habe noch immer keinen Kill. Sogar der, der AFK war, hat sogar die meisten... Gut. Einfach nur gut. Vielleicht ist das Boss-Baby auch einfach OP. Oder... Wieder AFK? Nee. Was? Was passiert mir hier wieder? Was passiert mir hier wieder? Warum? Warum? Okay. Einfach mit der Bombe mitgehen. Was soll schiefgehen? Richtig, gore nix. Wir sind halt nur zu zweit hier. Wir müssen langsam spielen, würde ich mal sagen. Guter Call von unserem Mate. Wir müssen halt langsamer, aber sicher dann auch mal was machen. Wir müssen halt langsam aber sicher dann auch mal was machen. Aber ich muss natürlich wieder sterben, wie der größte Bastard der Welt. Ich weiß es, wenn die Mates immer in der Sprache reden, die ich nicht verstehe. Nein, bitte. Bleiben wir doch alle einfach bei Englisch. Bleiben wir doch einfach alle bei Englisch. Das wäre doch so viel einfacher. Aber für alles. Für alles. Für literally alles. Warum sneaken wir jetzt? Wir sind die ganze Zeit gelaufen. Wir sind die ganze Zeit gelaufen. Wie raus will es sein? Ich gehe doch raus. Ich sehe mich da. Freutage! Ich dachte mir, einer muss vorgehen, dann übernehme ich es. Hätte die Bombe vielleicht vorher droppen sollen. Aber ich bin dumm. Das ist zu meiner Ausrede. Weiter so. Zwei gegen zwei. Ja. Alles nur, weil ich sie rausgelockt habe mit meinem Gameplay. Okay. Ich schätze jetzt mal, dass die Orpi arbeiten wird dann. Hoffe ich jedenfalls auch. Oh, das tut ... Ja, ich glaube, ich weh ... Nein, ich bin ... Oh, bitte hör auf die Dreischuss. Bitte hör auf. Bitte hör auf wieder Dreischuss. Ich, ich, ich hasse ... Oh, warum kann man das überhaupt zu Dreischuss umstellen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen ... B gehen. A ist mir echt zu heavy langsam. Freunde. Let's go. Wir haben es alle gerafft. Wir haben es alle gerafft. Passt alle. Wir haben einen verloren. Wir haben ein ... Ihr habt dann ... Ja, ricke, ... Rush, rush, rush. Was ist das? It's my team, it's my team, freudee, ich liebe euch, vor allem wenn ihr mir ne AWP droppen würdet, weil ihr 15k teilweise habt, so Boss Baby, ja, dann weißt du schon was los ist, ne? Gut, ich bin nicht blind, smart, 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 müssen rein shooten, oh warte mal, ich glaube ich habe da jemanden gesehen, deshalb würde ich vielleicht sagen, ja, Bro, lass da mal smoken, dann hier mal flashen, achso, das ist mein Mate, der da läuft, alles gut. Hallo, Bro, hör mal auf. Alles gut, dann chill ich hier, habe ich gar kein Problem mit. Der König der Unterwelt nennt man mich, wie kann man so performen, diese Flash? Chef's Kiss, Chef's Kiss, sag ich euch. Ja, okay, wir gehen aber wieder A, das heißt, wir könnten ziemlich schnell am Arsch sein, kleiner Leg, hier, okay, ungeil. Als ob du erwartet hast, dass ich da stehe, oh Gott. Zwei gegen fünf, beide Mitte. Ich sehe es nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Der war strong, warte mal, ist einer von den Gegnern disconnected? Ja, ich glaube, der ist raus, da ist einer raus, Leute, das könnte, das könnte unser, das könnte unser Go-To sein, könnten es langsam aber sich erschaffen hier. Ja, die spielen, glaube ich, eh nur noch auf den Safe. Junge, hilf das doch bitte mal, das tut mir doch weh. Ich bin der Orb. Ich bin die lebendige Sniper. Dann muss ich das sehen. Ja. Nein. Ah. 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 Keinen einzigen Shot gehittet. Schmerzen. Gigantische. Gigantische. Gigantische Schmerzen. Okay, die haben jetzt natürlich eine Auszeit, wollen auf ihrem Mate warten, bis der mit Cheats zurückkommt. Ich sehe es kommen. Ey Merschen, das wäre wirklich so painful. Ich würde, glaube ich, heute wieder weinend einschlafen. Heute muss ich, by the way, eh wieder da hinten schlafen. Wunderschön. Oder, obwohl, nee, ich glaube, ich kann sogar im Zimmer gegenüber schlafen. Aber wir haben so ein freies Schlafzimmer, was halt wirklich immer frei ist, außer wenn meine kleine Cousine da ist. Das kann ich benutzen. Vielleicht. Hoffentlich. Bei die Couch. Kann ich euch bestätigen. Ist nicht mal so gemütlich. Ist nicht mal so geil. Vor allem, weil ich 1,88 groß bin und ich glaube, die Couch ist so 1,50 lang. Das ist dann halt natürlich auch eher ungeil, weil meine Füße hängen da halt dann schon etwas ungeil raus. Und dann muss ich mich immer so schief hinlegen. Komplett diagonal einfach so gesehen. Das ist doch voll ungeil. Das finde ich voll ungeil. Das Problem ist halt auch, mein eigentliches Bett könnte schon auch länger sein. Also mein eigentliches Bett ist richtig breit. Also wirklich, das geht richtig fett in die Breite. Aber von der Länge her gesehen, hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen, wenn da noch ein bisschen mehr drin wäre. Aber mal schauen, vielleicht hole ich mir irgendwann mal zukünftigen Neues. Aber erst eine fairene Zukunft. Also ich mag mein Bett schon gerne. Mein einziges Problem ist halt eben, dass es ein bisschen zu kurz ist. Ansonsten liebe ich mein normales Bett extremst. Wäre schneller. Ich hoffe, einer hält mich von da unten. Ja, anscheinend. Piek doch! Er traut sich nicht. Was machst du da, Boss Baby? Boss Baby? Boss Baby, was machst du da? Boss Baby? Boss Baby? Ah! Kuss, danke, dass du zurückgekommen bist. Äh, freut mich immer sehr, dass du mit dabei bist auch und auch wirklich im Team workst. Ey, das Ding ist, dass so jemand dann wieder so fett über mir ist. Tut mir weh. Da merkt man wieder, wie bodenlos scheiße ich bin. Ey, ich muss auch so oft in den Kommentaren auf YouTube, wenn irgendeins meiner CS-Videos mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erreicht, immer wieder lesen, wo Leute schreiben, du bist doch scheiße und so. Als ob ich irgendwann mal dagegen sprechen würde. Als ob ich irgendwann wieder sprechen würde. Nein. Nein, ich bin Noob im Spiel. Trotz circa fünf, sechshundert Stunden. Bin ich Noob. Hundertprozentig. Selbe gilt für Velo. Und sehr viele andere Games. Also lasst mich Noob sein, bitte. Ich will das Game einfach nur entscheiden. Und das tue ich. CS ist für mich so ein Game, da kann ich nicht einfach so daily reingehen. Das ist CS halt einfach nicht für mich. CS ist so ein Game, da gehe ich so ein-, zweimal die Woche rein. Hab meinen Spaß damit. Und dann reicht das auch schon wieder. Ist so ein Game für zwischendurch für mich einfach. Mag ich auch. Aber mehr ist das, nee. Die Flash ist halt nicht mal gut, Homie. Ich will selbst flashen. Okay, 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 okay. Ihr müsst jetzt trusten. Ich bin wirklich ein Gamer. Ey, wenn der Shot hittet, dann werdet ihr mir trusten. Dann werdet ihr mir trusten. Dann müsst ihr mir auch trusten. Ich weiß gar nicht, ob da noch wer ist. Oh, schade. Ey, so ein Shot zu hinten wäre ein Traum von mir. Ein Traum. Ich hab gar nicht gerafft, dass der da unten war. Äh, da könnte vielleicht wer kommen, deshalb hab ich ein bisschen Angst. Beziehungsweise Respekt. Ich würd gern halt. Ich würd gern halt. Bis da vorne hingehen. Dann kann ich da abäumen. Obwohl. Es läuft wahrscheinlich nicht mal so gut. Es läuft wahrscheinlich nicht mal so gut. Ich sterbe niemals. Was? Terroristen gewinnen. We will stop your little scouts. Lächster im Team. Aber im Herzen der Erste. Ich bin die Nummer 1 im Herzen, sag ich euch. Auch mal verstehen hier. Gaming bedeutet nicht gewinnen. Gaming bedeutet lieben. Und ich liebe mich. Für meine Gaming-Skills. Schaut euch das an. Meine Gaming-Skills sind nicht unbedingt gut. Aber ich liebe sie trotzdem. Weil ich so geile Sachen mache. Wie einfach so ein random Headshot hier jetzt. Direkt rausschallern. Nachdem ich den ersten Gegner sehe. Bam. Ja, der Call wäre auch zu geil gewesen. Große gehen raus. Große gehen raus. Skillful bin ich noch immer. Ey, ich mag es aber, dass das Team wenigstens zu mir passt. Das Team passt irgendwie zu mir. Wir sind glaube ich schon ein bisschen auf derselben Wellenlinie. Wellenlänge? Wellenlinie? Ich glaube Wellenlänge. Kennt ihr das? Manchmal vergesst ihr einfach so Wörter? Vielleicht bin ich auch wieder der einzig Dumme. Oh was? Nein, das war sein letzter Schuss. Das war sein letzter Schuss. Run! Run! Das kann er nicht über... Nein! Nein! Oh mein Gott! Dreh dich doch um! Du hast dir doch gehört! Schade! Das wäre so funny gewesen, wenn er das hier überlebt hätte. Das wäre unironisch so funny gewesen. Okay, ich bleib wieder Mitte und verschaller dann meinen Headshot. Und dann werdet ihr alle Auge machen. Drei, zwei, eins. Rein da, rein da, rein da! Unser Mate braucht Hilfe, Freunde. Ich auch! Ich auch! Alles gut! Ich war eine Ablenkung, damit die anderen drauf schießen konnten. Man muss alles immer ein bisschen positiv aussehen. Ist der schwächste Punkt im Team wirklich der schwächste Punkt im Team? Oder ist es nicht eher die beste Ablenkung im Team? Bisschen nachdenken. Bisschen nachdenken. Bisschen nachdenken, bitte mal. Außer wir verlieren das, dann vergesst du alles, was ich sage. Aber wir werden das nicht verlieren. Wir werden das nicht verlieren. Ey, 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 ey. Die MP7 aber, weil ich die sehe, hat mich gerade fett an Warzone erinnert, als die MP7 so strong war. Und eine richtige Range-Waffe auch war. Oh, ich vermisse diese Zahl so sehr! Vergesst alles, was ich gesagt habe! Vergesst es doch! Haha! Haha! Good! Einfach haha! Feier ich! Ja komm, noch ne Flash! Was soll da geils? Oh, das soll da geils vielleicht. Was wir irgendwie Grand Bayer eigentlich haben, so soll da geils vielleicht. Gut, dann machen wir ne IQ. Ich bin verdonnert worden, auf B zu stehen. Ja, okay, sehr. Mit ist niemand. Und? Ich hab gar nicht gehört, dass der da hoch... Let's go! Meine Ohren sind gespitzt. Meine Hände sollen meine Ohren darstellen. Komm her! Zieh nur, Bro! Hä, ich dachte du hast ihn gesehen? Achso, hast du die Leiche mit ihm verwechselt? Nein, der ist safe am spawnen, oder? Oh! Bro! Hallo! Nice try! Nice try! Nice try! Wir verlieren das, Chat. Wir verlieren das. Wir verlieren das schon wieder. Ganz ehrlich, Wer braucht nen Helm? Nur Loser, in meinen Augen auch. Nur Loser? Ich hab nur Arm! Lass mich bitte fusi! Kuss geht raus, Homie. Wir sind eins, zeig ich dir. Ich hab ihn nicht mal gesehen, weil ich die Leiche halt genau da geschaut hab. Hab ihn nicht mal gesehen. Was tun? Was tun? Ihr schafft das! Ich vertraue euch! Vor allem dem Boss Baby! Das Boss Baby! Boss Baby! Boss Baby! Ein bisschen verstehen nochmal. Ey, solange das Boss Baby lebt, ist alles gut. Auch wenn das Boss Baby viele Sounds von sich gibt. Okay, kurz stehen geblieben. Das ist alles ne Taktik. Ihr versteht das nicht. Ihr rafft es einfach nicht. Das ist euer Problem. Warum? Aimt auf ne Box! Wiem! 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 Wielf ich halt fast ich das sein können. Wiemg! Das Ding ist, ne Scout ist halt eigentlich eh genauso gut wie eine Orb. Weil solange du den Kopf triffst... Hal süß istelulus... Mist, nicht nur den Kopf hinten! Das ist nicht so schwer. Das ist halt einfach... Ehhhh! Nee, okay. Ich bin raus aus dem Boss Baby-Fan Club. Ich bin raus. Was war da? Warum? Was wolltest du da überhaupt bang? Da ist doch nur eine solide Wand dahinter, oder? Oder bin ich hier der verwirte schon wieder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich würde es nicht abstraten. Ja. Let's go, Boss Baby. Hallo? Eben doch wenigstens irgendwas ab. Homie, bitte. Als ob da wirklich einer an der Bombe gestorben ist. Niemand hat überhaupt versucht das. Okay. Alles gut verständlich. Waff ich. Fühl ich feier ich. Nee, wir bleiben bei der Sniper. Ach komm, wir brauchen kein Nates. Nates sind für Schwache. Ganz ehrlich. Kevlauch. Kevlauch für Schwache. Rein da einfach nur mit der Sniper. Aber dann sparen wir ein bisschen was auf die nächste Runde. Junge, jetzt hast du meine Zeit verschwendet. Er trifft aber auch alles, ne? Der trifft aber auch alles. Holy shit. Let's go. Nur noch zwei. Nur noch zwei. Nur noch einer. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Explosion, sag ich. Oh mein gosh. Das war halt strong geschossen gerade, oder? War das nicht strong? War das nicht strong? Ich würd schon behaupten. Ich hab noch ab. Bisschen den Triple Orb Gang. Oh mein Gott, ich lass mich... Bisschen raff nochmal. Wie war da schon Durr... Go Team! Go Team! Go Team! Go Team! Go Team! Go Team! Ich will Ich will gar nicht wissen, was da konsumiert wurde. Oh man. Ich meine Ich meine es nicht mal böse oder so Aber ist er drunk? Ist er drunk? Es erinnert mich nämlich irgendwie Also sein Gameplay erinnert mich irgendwie daran Als ich mit meinen Freunden mal gespielt habe in Zazz Als wir alle vollkommen dicht waren So unironisch Das erinnert mich sehr, sehr, sehr stark daran Sehr stark Ja ok Homie Diesmal wirst du weggefetzt Zack, weil die treffen alles Durchsmoke Durchwand in Kopf Der ist so besoffen Der ist so angetrunken Der ist so angetrunken Der ist so angetrunken oder? Was? Der ist so besoffen und freut sich jetzt so sehr Habe ich überhaupt schon ein Kill gemacht? Oh, ich habe vier Kills sogar gemacht in meinem Leben hier schon Toll Never give up Chat Never give up Die können mir nichts anhaben Das kann nicht jede Runde passieren, dass ich instant sterbe Das geht gar nicht Ihr müsst einfach mal trusten Ich muss einfach mal vor einem Engel stehen Wo sie mich nicht erwarten würden Ja ok Ich bin weg Die kommen glaube ich ja Wurde 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 Und beim Bitch mit der die mit der die furchtlos wurde 10 das ist ja wirklich mal mein schlechtes runde war gewesen oder wenigstens hatten wir das